Einmal noch geht es für Werder in der Bundesliga in diesem Kalenderjahr 2023 um Punkte. Und das gegen Leipzig. Ein ganz unangenehmer Gegner. Die letzten sechs Spiele hat Werder gegen die Sachsen allesamt verloren. Zunächst aber die Gäste mit dieser ersten Möglichkeit. Wir sind in der ersten Spielminute gleich eine Doppelchance. Zunächst Castello Luqueba, der nur den Pfosten trifft. Dann aber Felix Agour im Offensivbereich aktiv. Gemeinsam mit Raphael Boré. Boré, Außenrissflanke für Jimmer. Szene noch nicht zu Ende. Weiser, Weiser nochmal mit der Flanke und hinten Boré. Luqueba klärt. Das hätte die Führung für Werder bedeuten können. Stärkste Phase von Werder jetzt im ersten Durchgang. Wieder Werder, Dux. Hübe auf die rechte Seite, Bittenkurt, Bittenkurt und hinten Stay. Fast schon fahrlässig. Wie Werder in dieser Phase des Spiels teilweise beste Chancen vergab. Und weiter Leipzig über Kampel. Heidara mit dem Schuss an den Pfosten. Paulsen, der Ball im Tor. Ausgerechnet in die ansonsten so starke Werder-Phase. Dann das Signal. Es war abseits. Es bleibt bei 0 zu 0. Rein in den zweiten Durchgang. Etwas mehr als eine Minute gespielt. Leipzig kommt über Forsberg. Openda groß. Versieht sich da. Openda einmal. Und beim dritten dann das 0 zu 1 für die Gäste. Weiter Werder. Agu geht vorbei. Legt nochmal ab. Marvin Dux. Der Ball touchierte noch die Latte. Riesenchance auf das 1 zu 1. Dux macht so viel richtig. Hätte hier fast zum 17. Mal in diesem Kalenderjahr getroffen. Nur Kierassi und Kane trafen häufiger im Jahr 2023. Xavi Simons schickt Luis Openda. Und dann Zetara, der das perfekt löst. Und auch zu Recht dafür gefeiert wird. Viertelstunde noch zu spielen. Jung für Dux. Dann der Ball für Stay. Justin Jinmar legt in sich rüber. Jinmar. Jinmar. Ausgleich. Das dritte Saisontor von Justin Jinmar. Und was für eines. Und dann fasst sich Justin Jinmar ein Herz. Und er hat einen offensichtlich auch überragenden Abschluss. Mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß. Alles in allem ein durchaus verdienter Ausgleich. Für den SV Werder. Hört leider mit. Leider. Jetzt klingt auch wieder kacke. Wir haben gegen Leipzig gespielt, die um die Meisterschaft spielen, um die Champions League spielen. Und da einen Punkt zu Hause mitzunehmen, zeigt auch ein Stück weit, dass wir uns das vorgenommen haben, diese Heimmacht ein Stück weit wiederher zu bringen nach Bremen. Und deswegen hat das heute riesen Spaß gemacht. Am Ende denke ich, der Punkt in Ordnung gegen so eine Mannschaft. Aber über 90 Minuten fühlt sich das doch ein bisschen wenig an. Ja, richtig gutes Spiel finde ich. Wir haben sehr, sehr gut gespielt gegen den Ball. Sehr viel verteidigt mit dem Ball. Bis ins letzte Drittel sehr gut gemacht. Wenn wir das vor dem Spiel auch mit dem Engpass, den wir heute in der Mannschaft wieder hatten, hätten wir das wahrscheinlich unterschrieben. Aber unterm Strich musst du sagen, dass wir heute einfach eher viele Chancen hatten und das Spiel hätten auch gewinnen können. Ich glaube, das 1-1 geht voll und ganz in Ordnung. Es wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen. Ich glaube, es war ein sehr offenes Spiel. Beide Mannschaften, viele Torchancen, sind am Ende ein bisschen wild geworden. Das Spiel, also ich sage, wenn wir einen ganz, ganz guten Tag haben, können wir das Ding auch gewinnen heute. Aber ja, ich glaube, einen Punkt gegen Leipzig muss man mitnehmen, muss man mit zufrieden sein. Deswegen, ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss jetzt für dieses Jahr. Ja, super Leistung der Mannschaft, insbesondere noch mal mehr, wenn man sich anschaut, wer heute auch gefehlt hat, wie wenig Zeit wir hatten, um dann gewisse Umstellungen vorzunehmen. Andere Grundordnung und die Mannschaft hat es super umgesetzt. Nach 10, 15 Minuten, glaube ich, waren wir super drin im Spiel. Haben es leider nicht geschafft in der 1. Halbzeit schon, unsere guten Situationen in eine Führung umzumünzen. Ja, dann auch vom Spielverlauf natürlich so, dass wir einfach Moral zeigen mussten. Das haben wir auch getan, sind dran geblieben und haben, glaube ich, am Ende des Tages auch einen hochverdienten Punkt hier heute erzielt. Wir haben heute von Anfang an im 3-4-3 gespielt. Nimm uns mal ein bisschen mit in die taktischen Pläne, die ihr heute hattet gegen Leipzig. Ja, wir waren im 3-4-3 spielen, wollten das Spiel gewinnen, das war der Plan. Wir wollten schnell kontern, haben deswegen auch mit Justin vorne gespielt, der natürlich Tempo auch mitbringt. Da haben wir mit Duxi und Rafa, die sich sehr gut bewegen, sehr clever zwischen den Linien auch bewegen. Und ich glaube, der Plan ist heute über 90 Minuten aufgegangen, bis auf das Ergebnis nicht ganz. Wir wollten da im Mittelfeld, ja, unsere Überzahl, die wir dann haben, auch ein bisschen ausspielen, weil wir dann auch mit den drei Stürmern immer wieder mit dem Mittelstürmer versucht haben, ein bisschen tiefer zu kommen, dass die anderen zwei Stürmer den Weg dahinter machen. Entweder der Weg dahinter geht auf oder der 10er Raum geht auf. Von daher haben wir das ein oder andere Mal nicht gut, aber die meiste Zeit den Raum gut gefunden. Und so kommen wir auch zu Chancen und ja, einfach mutiger Auftritt von uns heute. Ja, es war klar, dass wir auch unsere Umschaltsituation bekommen werden und dass ich mit meinem Tempo die nutzen sollte, kann. Das war schon ein bisschen der Plan, das hat mir der Trainer mit auf den Weg gegeben und ein, zwei Mal gut geklappt. Ja, ich bin noch ein bisschen selbstkritischer, hätte den Bade, dass wir noch besser ausspielen müssen, viel besser sogar. Ja, Schlachtplan war im Endeffekt auch mehr Tempo auf den Platz zu bringen. Das haben wir durch Justin und Felix gehabt und dann ging es einfach auch darum, in der letzten Kette irgendwo eine Überzahlsituation herzustellen, auch immer wieder gut Tiefe zu belaufen. Das ist uns sehr gut gelungen. Du hast gerade schon gesagt, Justin hat heute seinen Startelf-Einsatz gehabt, hat ein Tor erzielt, auch nach hinten gut gearbeitet, einmal vor David Raum, die Ball weggegrätscht. Wie bewährtest du seine Leistung heute? Sehr gut, ein Superspiel gemacht, aber ich glaube, jeder Einzelne von uns hat ein Superspiel gemacht und deswegen kommt am Ende das bei rum. Hätte auch mehr bei rumspringen können, aber ich glaube, alle, die reinkommen sind auch, alle Jungs, die von Beginn an gespielt haben, wirklich Top-Party. Ich tue mir immer schwer, dass ich da Einzelne herausheben lasse, aber Justin hat es unglaublich gut gemacht. Richtig wichtiges Tor, nicht nur für ihn, sondern auch für uns, weil wir nach dem 1-0 auch dann nicht aufgehört haben, sondern weitergemacht haben. Und nicht nur, jetzt hat er schon einige Spiele auch zugunsten unserer Seite gedreht und nicht nur sein Speed, sondern eben auch seine Torgefahr, sind unfassbar wichtig und ich bin froh, dass wir ein Team haben. Ja, ich glaube, die 1. Halbzeit war ein bisschen schwer für mich persönlich, weil natürlich hast du dir ein bisschen Druck, wenn du jetzt in der Startelf stehst und gegen Leipzig spielst. Aber dann über die Minuten bin ich besser ins Spiel reingekommen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war ich dann ganz gut im Spiel drin. Es ist noch viel Luft nach oben, also das war noch lange kein perfektes Spiel von mir, aber ich glaube, es war ein guter Anfang und ich will natürlich weiterhin jetzt mich zeigen in der Startelf, klar.